1, 2, 1, ja! Ich finde es ganz toll, dass die Professoren an der Nacht auftreten und Spenden sammeln. Und wir aus einem ganzen Umkreis von Oldenburg, wir kommen her und feiern diese Party. Das ist wirklich toll. Super Veranstaltung. Ich denke, das bringt auch mal die Studierenden mit ihren Professoren auf eine andere Ebene miteinander. Sie sehen auch, dass sie auch mal jung waren, dass sie auch Musik mögen, dass sie auch gerne abtanzen. Das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Die Stimmung ist super! Es legen einfach mega geile Professoren auf, die coolsten von allen. Und es geht einfach ab. Oldenburg! Das erste Mal auflegen und das erste Mal Autogramme verteilen. Ich glaube, das mache ich weiter. Das fühlt sich irgendwie gut an. Das hat Spaß gemacht. Das wollen wir, wie weit das immer auch. Also beim neunten Night of the Profs bin ich auf jeden Fall dabei. Ich studiere jetzt seit drei Semestern und bin jetzt das erste Mal da, weil meine Mitbewohnerin gesagt hat, man darf das nicht verpassen. Weil das einfach mega geil ist, immer diese Professoren rappen, ja, sehen, ne? Das ist mega geil. Wenn ihr das nächstes Jahr verpasst, habt ihr auf jeden Fall alles verpasst. Das ist so, als wenn ihr euer Bachelor vermasselt. Bis zum nächsten Mal.